Hallo! Habe ich das eben richtig beschrieben? Sind süße Tiere wirklich so ein integraler Bestandteil der Internetkultur? Ja, also lustigerweise ist eines der ersten Internet-Meme-Genres sind die LOL-Cats und das waren tatsächlich... Bitte stellen Sie die Laufnummer 3 für die deutschen Anweisungen ein. Selecht die Nummer 4 für die französische Instruktionen.